Danke Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister Hohes Haus, wenn man jetzt den Regierungsparteien zuhört bei den Kommentaren zur Steuerreform, wie großartige Entlastungen da stattfinden, dann muss ich sagen, ich sehe die Entlastung nur auf einer Seite, und das ist ja das, was wir seit Jahren auch gefordert haben, nämlich die Tarifentlastung. Ich sehe quer drüber gesamt überhaupt keine Entlastung. Ich sehe ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel, und ich sehe enorme Belastungen für die Wirtschaft. Wenn man sich anschaut, die wirkungsorientierte Folgeabschätzung, die in der Regierungsvorlage auch abgebildet ist, auch die der Budgetdienst ausgesendet hat, und man sich die Mühe macht, diese Tabelle einmal genau anzuschauen, dann wird man sehen, Entlastung ist gut, und wenn man runterschaut in der Gegenfinanzierung, das ist ja ein einziger Anschlag und eine Belastung auf die österreichische Wirtschaft, weil fast alle Punkte hier eine Zusatzbelastung bedeuten, Steuererhöhungen und Zusatzbelastungen im Ausmaß von ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Ich würde das Wortspiel, das Kollege Lopatka hat gesprochen vom Meilenstein, der hier stattgefunden hat, der Kollege Kogler hat gesprochen davon, dass sich dieser Meilenstein womöglich zu einem Kieselstein entwickelt. Ich möchte das Wortspiel fortführen und sagen, ich bin mir definitiv sicher, dass diese Steuerreform einen Hinkelstein für die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer darstellt. Eine echte Entlastung, und das ist ja das, was wir seit Jahren fordern, setzt voraus, dass wir ausgabenseitig uns endlich einmal hinsetzen und schauen, wo gibt es Einsparungspotenziale, sinnvolle Einsparungspotenziale. Und aus diesen Einsparungen kann man selbstverständlich dann eine entsprechende Steuerreform finanzieren, die ja neben der Tarifentlastung auch, wenn sie eine echte Gesamtentlastung darstellen soll, selbstverständlich eine Entlastung der Unternehmern im Bereich der Körperschaftssteuer oder der Kapitalertragssteuer zum Beispiel beinhalten muss und insbesondere eine Entlastung im Bereich der Lohnnebenkosten, Kollege Strols hat es schon angesprochen. Wir können jetzt diskutieren darüber, ob das 5 Milliarden, 10 Milliarden oder was auch immer ist, 5 Milliarden ist jedenfalls deutlich zu wenig, um spürbare Effekte insbesondere auf den Arbeitsmarkt zu zeitigen. Also 10 Milliarden wären da durchaus möglich. Und diese 10 Milliarden sind einzusparen. Wir haben Förderungen in Höhe von 18 Milliarden Euro. Allein wenn wir das auf EU-Durchschnitt senken, wir geben das Doppelte des EU-Durchschnitts aus, wären das bereits 9 Milliarden Gegenfinanzierungspotenzial eben durch Streichung sinnloser Ausgaben, ich vermeide bewusst den Begriff, einsparen. Das heißt, wir müssen uns drüber trauen und die derzeitige Regierung in der Form schafft das einfach nicht, weil sie sich wechselseitig paralysieren, die Sozialversicherungsbeiträge, die Lohnnebenkosten zu senken. Wir müssen uns einmal drüber trauen, den ganzen Förderungsdschungel uns wirklich anzuschauen. In der Betriebswirtschaftslehre gibt es so etwas wie Zero-Based Budgeting. Das heißt, drehen wir es doch einmal um, weil ich habe den Eindruck, dass dieser ganze Förderungsbereich sich schon in Richtung Erbpacht bewegt insoweit, dass einfach die Beträge, die im letzten Jahr gefördert wurden, fortgeschrieben werden, ohne dass da, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Drehen wir es um, stellen wir das Ganze auf Null und die Förderungswerber müssen dann argumentieren, warum sie diese oder jene Förderung zukünftig auch haben wollen. Und das macht man im Rahmen einer ABC-Analyse, in der man feststellt, Förderungen, es gibt ja durchaus Förderungen, die notwendig und sinnvoll sind. Also A, dann gibt es B, Förderungen, die, da muss man auch so ehrlich sein, wir uns in der momentanen Situation nicht leisten können und allfällig temporär aussetzen. Und dann gibt es C, und das ist ein nicht so kleiner Bereich, Förderungen, die sinnlos sind und ersatzlos zu streichen sind. Allein wenn man sich diese Arbeit antun würde, das tut die Regierung natürlich nicht. Warum nicht? Ist ja klar erklärbar, was ist Förderungen? Was ist Förderung für denjenigen, der die Förderung vergibt? Das ist Macht. Zu dem muss man hingehen, freundlich sein und dann kriegt man vielleicht eine Förderung. Diese Macht aufzugeben ist natürlich nicht das, wozu die Regierungsparteien bereit sind. Uns wird vorgeworfen, auch in der Presse vom Herrn Finanzminister Schelling, die Freiheitlichen hätten keine Lösungskompetenzen. Das kommentiere ich jetzt nicht. Ich sage Ihnen nur ein paar Sofortmaßnahmen oder Maßnahmen, die wir zur Lösung der Probleme hier sofort ergreifen könnten. Natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, angesichts von 500.000 Arbeitslosen den Arbeitsmarkt temporär zu beschränken. Wir müssen umsetzen, eine sofortige Vereinfachung und Beschleunigung der behördlichen Bewilligungsverfahren. Da wird Wirtschaft aufgehalten. Wir müssen, das ist auch schon erwähnt worden, einen wirklichen Schnitt machen bei den Luxus- und Superpensionen. Nicht so eine halbherzige Angelegenheit, wie es hier im Parlament beschlossen wurde. Wir müssen, das ist jetzt nicht einmal von uns, sondern es stammt von der Kammer der Wirtschaftstreiche, der uns ernsthaft Gedanken darüber machen, nicht nur Gedanken, wir müssen zusammenlegen, die 22 Sozialversicherungsträger auf ein bis maximal drei. Wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir schon beim Thema Senkung der Lohnnebenkosten sind, fangen wir doch an bei den Wirtschaftskammern, DP1, DP2 und bei den Arbeiterkammerbeiträgen. Bei Herrn Leitl könnte das sofort umsetzen, indem er den DP1 einfach halbiert. Es verlangt ja niemand, dass die Beiträge sofort radikal abgeschafft werden, aber eine Halbierung des DP1 würde, haben wir heute auch schon gehört, das ist ja investitionsdämpfend. Die Investitionen werden sozusagen mit dem DP1 bestraft und, Kollege Schillhorn, wenn wir Leute einstellen, werden wir mit dem DP2 bestraft. Also das kann ja nicht das richtige Signal sein, um eine Wirtschaft in Schwung zu bringen. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wir werden heute einen entsprechenden Antrag stellen über die Sinnhaftigkeit der Wirtschaftsaktionen gegen Russland oder anders formuliert, den enormen Schaden, der der österreichischen Wirtschaft dadurch entsteht. Es gibt Untersuchungen, 10.000 bis 40.000 Arbeitsplätze sind dadurch gefährdet. Da kann ich jetzt darüber weggehen und sagen, das ist alles nicht so schlimm, wir akzeptieren das oder ich kann mich diesem Thema entsprechend stellen. Wir müssen den Mut haben, eine Abgabenquote von 40 Prozent als Ziel, als strategisches Ziel, mittelfristiges Ziel festzulegen und im Verfassungsrang als Ziel einzubetonieren sozusagen. Wir müssen diesen Mut haben. Ich sehe hier aber bei den Regierungsparteien in keinem dieser Punkte den entsprechenden Mut. Wir müssen den Mut haben, das gesamte Abgabenrecht, das dermaßen kompliziert ist, dass selbst Steuerberater sich schon nicht mehr auskennen. Es gibt auch zu diesem Thema tausende Vorschläge der Kammer der Wirtschaftstreuhänder drastisch vereinfachen. Wir müssen den Mut haben, uns auch einmal darüber Gedanken zu machen, ob nicht unser Umverteilungssystem leistungsfeindlich ist insoweit, als dass die Differenz zwischen Nichtleistungsbezügen oder Subventionen und Niedrigsteinkommen einfach zu gering ist. Und wir wundern uns dann, wenn die Leute sozusagen sagen, wegen 100 Euro mehr gehe ich nicht arbeiten. Die zweite Seite der Medaille ist natürlich, wenn er nicht arbeiten geht, zahlt er auch nichts in die ganzen Sozialsysteme ein, sondern bezieht. Und wenn Sie sich die Rubrik 2 anschauen im Budget, da wird mir sowieso Angst und Bange, wenn ich mir die nächsten Jahre anschaue. Das ist ja der Bereich, der geradezu explodiert. Wir müssen auch den Mut haben, zu sagen, ja, schauen wir uns das Herkunftslandsprinzip bei der Mindestsicherung, bei der Familienbeihilfe an. Wir müssen den Mut haben, einmal das Arbeitsmarktservice, die Leistungen scharf zu evaluieren. Da muss man einmal nachhergehen und sagen, was ist der Input, das kostet ein Vermögen und was ist jetzt wirklich der nutzbringende Output dieser ganzen Institutionen. Wir müssen auch den Mut haben, sämtliche nicht gerechtfertigte Privilegien uns anzuschauen und bestmöglich abzubauen. Wo finden diese Privilegien statt? Ja genau in diesen Bereichen von Rot und Schwarz, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Sozialversicherungsträger, in den Ländern, in den ganzen ausgelagerten Unternehmern der Länder und der Republik, wo sie meistens einen schwarzen Geschäftsführer haben, einen roten etc., etc., in der Nationalbank etc. Wir müssen diesen Mut haben, uns das entsprechend anzuschauen. Und einen ganz großen Mut brauchen wir, wenn wir die Verringerung bzw. Neuverhandlung von Zahlungen oder Verpflichtungen, die wir gegenüber der Europäischen Union und verschiedenster europäischer Rettungsmechanismen eingegangen sind, hier aufzustellen und zu sagen, das versuchen wir noch einmal neu zu verhandeln, weil man braucht kein großer Prophet sein. Und da schließe ich jetzt mit einem kurzen Verweis auf Griechenland. Diese 8,9 Milliarden, um die es da geht, von denen würde sich ein ordentlicher Kaufmann insoweit verabschieden, als dass er diese in seinen Bilanzen zumindest zu 80 Prozent abschreibt. Wenn wir das machen in unserem Budget, dann schaut es sowieso mit einem ausgeglichenen Budget ganz finster aus. Ein ausgeglichenes Budget macht aber nichts, weil das strukturelle Budget, auf das hat es keine Auswirkungen, womit auch schon gesagt ist, dass das strukturelle Budget ja eine Kennzahl ist, eine Schmähkennzahl sozusagen. Das ist ja gerade so so, wenn ein Unternehmer sagt, Ich habe jetzt 300.000 Verlust gemacht, aber in Wahrheit 200.000 sind als einmal Maßnahme für Griechenland angefallen und 100.000 ist die Konjunkturschuld. Also in Wahrheit habe ich strukturell ein Nullergebnis erzielt. Daran erkennt man ja schon, wie abstrus diese Kennzahl ist und ungeeignet ist, insbesondere festzustellen, ob wir Budgetdisziplin haben oder nicht. Selbstverständlich haben wir keine, weil wir laufend Budgetdefizite nach wie vor machen. Die Steuerreform sei eine Entlastung der Arbeitnehmer auf Kosten einer enormen Belastung für die Wirtschaft, kritisiert Axel Kassecker von der FPÖ. Dies könne sich zu einem Hinkelstein für Österreichs Unternehmen entwickeln. Zudem müsste das gesamte Steuer- und Abgabensystem drastisch vereinfacht werden. Zudem ist das gesamte Steuer- und Abgabensystem.